hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal schön dass ihr auch heute wieder dabei seid ich möchte euch in diesem video zeigen wie genau ich dieses bild gemalt habe das ganze ist wieder ein kaffeebild ja wie das ganze funktioniert zeige ich euch gleich ach ja die aufnahmen sind zum größten teil in zeitraffer weil es sonst so lange dauert es ist ja auch kein tutorial als solches sondern ich möchte euch gerne einfach teilhaben lassen an der entstehung dieses bildes und los geht's viel spaß und gute unterhaltung ich habe vorab eine bleistoffzeichnung gemacht des weiteren benötigte ich pinsel und kaffee in unterschiedlichen konzentrationen ach und wasser natürlich des weiteren ist ein fön sehr hilfreich zum zwischentrocknen und ein bisschen zeltstoff zuerst habe ich die grobe form des körpers mit einem pinsel und sehr viel wasser aufs papier gebracht ihr seht so nach und nach entsteht der körper und man kann die form oder wie die person dort liegt ganz genau sehen achtet unbedingt auf die perspektive dann das ist das wichtigste dabei und gleichwertig das bild zwischentrocknen da ist er auch schon der füllen der lag natürlich hier bereit und ich mache weiter mit der dunkelsten farbe heißt mit dem dunkelsten kontrast und ja trockne wieder zwischen dann wird es wieder heller und ihr seht wie ich mit dem pinsel auch ganz gut die farbe wieder weg nehme so jetzt komme ich auch schon zu den letzten strichen auf diesem bild also wie ihr vorhin schon gesehen habt entnehme ich mit einem ja einfach nassen pinsel zu viel farbe und kann dann hier so lichter noch mit rein arbeiten in diesen tiefen geht ja letztendlich um licht und schatten hier vielleicht noch beim knie ein bisschen licht drin also hier ist die kniescheibe also das schienenbein letztendlich das ist dunkler und hier wieder hell und da gehe ich dann auch wieder mit dem zellstoff rauf und wohl quasi die ursprungsfarbe des kapiers wieder zurück ja wenn euch das video gefallen hat hinterlasst gerne ein like abonniert gern meinen kanal und schaut gern wieder vorbei ich danke euch und wünsche euch noch einen schönen tag oder was auch immer ihr jetzt gerade macht ich danke euch Untertitelung des ZDF, 2020